Hallo Herzlich Willkommen bei GTA 5 und Dein! New Adversing Mode Deadline 6 Und wir spielen jetzt mit 4 Leuten glaube ich Und wir spielen irgendwie 5 Minuten und 6 Leben haben wir Wir müssen jetzt Linien machen mit dem geilen Motorrad Und die anderen sollen da überdrehen fahren und dann explodieren wir Ja aber du hast auch schöne Items Ein Boost irgendwie und ein Jump Und das ist richtig geil Sehr da fangen wir an schön mit Linien an Es hat schon gerade geregnet Aber es ist eine Motorrad, das sieht ja geil aus Aber ihr siehst die Linien nicht so gut wenn es geregnet hat Aber sind jetzt nur 2 Spieler, das ist nicht so geil Aber wir gucken mal ob die da irgendwie jetzt ein Gympen Aber wenn du mehr 4 Player bist ist ja viel schöner Wir haben jetzt einen Boost gekriegt Geil So ok Er ist explodiert Weil er hat irgendwie sie selber gekillt Haha Ok der ist oben drauf Und guck mal ob wir noch ein Item haben Da haben wir noch ein Boost da Die holen wir mal kurz So So Geil oder Sieht ja richtig geil aus Und wir haben noch ein Boost Und wir haben noch ein Boost Ja ok Das ist jetzt selber gekillt Das ist nicht so geil Er hat noch 3 Leben Und wir haben noch 5 Leben Wir haben noch 2,5 Minuten Wir haben jetzt wieder einen Boost Oh Und wir haben noch 2 Leben Und wir haben noch 2 Leben Und wir haben noch 2 Minuten Das ist geil Und das maximale die 4 Leute spielen Aber es ist auch viel schöner Aber hier mit Wiest Ich finde wir sag mal so Wir sind 7 Areas Und jetzt sind wir Wiest am schönsten Äh Die sind sind die andere so geradeaus Und sind keine Container Oder irgendwie was anderes dazwischen Oder Deine Obstator Wir haben jetzt ein Boost Und ihr könnt das eh machen Aber ich 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 besterben wir können schon mehr die nehmt wenn ich ja es ist wieder der kuppen an dann haben wir schon gemacht ja mach ich das, viel schönes ja geil ha 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 oh da kein kill ja nichts zu sein mit killen wie mach ich das denn? das oben drauf oder? da sind wir auch oben drauf ich muss irgendwie da ein item haben was hat er jetzt? ah der ist oben drauf holen wir mal kurz vorrück da ist auch ein boot geil, die haben ja 29 Sekunden ah der verfasst das ist nicht so schön da muss wer gewinnen, die haben 4 Leben er hat 1 Leben da kommt der Amt gefahren links alter haben Glück gehabt ey oh geil wir haben noch 5 Sekunden der kommt nicht mehr der kommt nicht mehr der kommt nicht mehr ja geil so wir haben ja Runde gewonnen jetzt gehen wir in die zweite Runde ja wir haben 2 kills gemacht wir sind nicht so oft gestorben so Runde 2 aber kannst ja richtig geil du kannst eine Runde eingehen und du kannst die Lehn eingehen ohne Zeit da kannst du so viele Variaten da einstellen da finde ich so richtig geil ein bisschen aber irgendwie macht das wohl Spaß so da kommen wir da da habe ich schon einen Booster vorne 2 1 da kommt schon einer an die hat schon einen Boost der Boost das finde ich so toll da oben da muss ich auch an Boost also die können doch schon mal eins da das an Boost so dann haben die auch da kommt schon angefahren Alter das findest du toll hohohohoho Alter ich bin schon eingefahren da Alter nicht in meiner Linie ein Stern bitte da ist wieder ein Boost geil wir haben noch viele Luden den haben wir jetzt da gehen wir schon hier hahaha die Minuten ich wäre richtig gespannt aber wenn da wenn du keine Kills hast und die anderen auch irgendwie Kills oder so hast du sim death und dann musst du irgendwo im bestimmten Raum sein und dann bleiben die haben schon richtig so da gehen wir schon oben drauf also ist er irgendwo drauf ne doch nicht also wieder also wieder ok ok alter ja da war scheiße von mir ok wir haben noch drei Minuten jetzt jetzt wieder muss und jetzt müssen wir aufpassen alter haben wir Glück gehabt ey aber meiden ich bin oh aber da war ich nicht heftig doch die hoi da mal wieder ein booster der kommt schon wieder angefangen das eben drauf und mal ausprobieren noch zwei minuten so der hat einen boost gekriegt, bleibt immer weg hier guck mal ob der dann boost ist dann bin ich dann boost, ja super hat er angefangen, hat er angefangen, hat er angefangen was machen wir jetzt so so alter der gerät da runden der Vogel ah geil haha der hat er nicht gedacht 4-4 geil jetzt noch eine Minute dann kommt er wieder anzufahren, der Vogel aber er ist schöner, wenn du mit 2 Leuten bist ah geil, wieder gestorben so, das ist schöner, wenn du mit 2 bist du guckst da aneinander wenn du mit 4 Leute bist, dann hast du Angst wenn du mit jeder Arm rumfahren das ist auch nicht so schön aber ich muss sagen, der 2 Leute ist das schöner habe ich nicht gedacht oh haha da haben wir wieder einen boost, nehmen wir auch wieder mit noch 50 Sekunden und dann sind wir durch wir haben noch einen boost wir müssen noch einen kill machen ich will noch einen kill machen AHHHHH das ist nicht so schön 4-4 jetzt Mann äh das ist so toll geil ah geil wir haben einfach hinter dir das hat er nicht geschafft so, wir nehmen den boost wieder mit ich glaube wir haben gewonnen wir müssen aber nur ausspielen wir haben noch 10 Sekunden mal gucken ob der körper ja geil so die haben gewonnen oder nicht jetzt bin ich ja mit schwimmer geil so ich hab dir hat es gefallen da war richtig geil da runter ein bisschen kält gekriegt ein bisschen aufgängend na So, das war Deadline 6, ihr guckt mal nächstes mal wieder auf meinem Kanal und da sind wir uns mal nächstes mal wieder, ich hoffe ich hab hier auf meinem Kanal, bis dann, tschau